Schindorf und Index, wieder mal die Ehre verteidigt hat. Alle Hände gehen hoch. Und jetzt. Oh, scheiße, warte mal. Ich hab noch ein ganz kleines Anliegen. Ihr kennt DSDS. Dieter Bohlen ist heute 60 Jahre alt geworden, okay? Und ich sag euch ganz ehrlich, ohne diesen Mann wäre ich gar nicht in der Sendung. Der hat mich da reingeront und deswegen, ey, pass auf. So, lieber Dieter, ich bin heute hier in Schindorf, dem krassesten Club in Deutschland. Der Club heißt Index. Und wir feiern heute mein Gewohnstag. Wir singen jetzt Happy Birthday für Dieter Bohlen. Und ich schick's ihm gleich auf WhatsApp, okay? Pass mal auf. Alle Hände gehen hoch heute an. Alle Hände hoch. Und jeder singt so laut, der kann. Dieter, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Dieter. Happy Birthday to you. Ladies und Gentlemen, ein Applaus für Dieter Bohlen heute. Peter, das ist nur für dich. Du weißt, für immer jung. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen weiter.